So Leute, wir sind jetzt hier nicht in Los Angeles, aber wir haben eine Karre unterm Arsch. Das ist mehr als Porno. Das ist ein M2 Rennwagen. Mach mal Platz hier, der Wagen braucht ein bisschen Ausfahrt. So Leute, wir sind hier gerade im Rennwagen unterwegs, M2, M-Paket. Den gibt es nachher noch mal einen Ruf ganz kurz zu sehen. Den Kerl hätte ich gerne dabei, mit nach Dortmund. Leider muss der zu Hause bleiben. Seht ihr mich nachher im Auto und ich hoffe, dass der gleich mal richtig Gas gibt. Kann er ja gleich. Gleich geht es rund. 470 PS und tschüss. So, wollen wir mal uns fahrziehen. Wir geben jetzt hier mal richtig Gas, aber richtig Gas. Ja, und der ballert halt weg, Leute. Der ballert so weg. Läuft. Also bis später.